Ich lerne Deutsch. Nummer 14.860 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das ist toll! Ich beglückwünsche dich zu deinem großen Erfolg! Das ist toll! Ich beglückwünsche dich zu deinem großen Erfolg! Der Bus ist nicht gekommen. Wahrscheinlich wird wieder gestreikt. Der Bus ist nicht gekommen. Wahrscheinlich wird wieder gestreikt. Der Bus ist nicht gekommen. Wahrscheinlich wird wieder gestreikt. Das ist heute unsere letzte Besprechung, dann übergeben wir das Objekt an unseren Kunden. Das ist heute unsere letzte Besprechung, dann übergeben wir das Objekt an unseren Kunden. Das ist heute unsere letzte Besprechung, dann übergeben wir das Objekt an unseren Kunden. Jetzt liegt es an mir, innerhalb weniger Stunden diese wichtige Entscheidung zu treffen. Jetzt liegt es an mir, innerhalb weniger Stunden diese wichtige Entscheidung zu treffen. Es ist typisch für Katzen, neugierig zu sein. Es ist typisch für Katzen, neugierig zu sein. Betont, dass Neugier eine charakteristische Eigenschaft von Katzen ist. In einem Workshop gibt die Influencerin Emily Tipps zur Selbstvermarktung und zum Aufbau einer eigenen Marke. Für die Kinder ist es interessant, die vielen vorbeifahrenden Schiffe zu beobachten. Für die Kinder ist es interessant, die vielen vorbeifahrenden Schiffe zu beobachten. Für die Kinder ist es interessant, die vielen vorbeifahrenden Schiffe zu beobachten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist gerne ein iTunes. Ich weiß nicht. Vielen Dank.